Ich durfte am Anfang eigentlich nicht starten und dann habe ich gesagt, ich werde es riskieren und bin mit Nathalie jetzt wiedergezogen. Also meine Zukunft, ganz groß, steht 2016 Olympia. Ich durfte am Anfang eigentlich nicht starten und dann habe ich gesagt, ich werde es riskieren und dann habe ich gesagt, ich werde es riskieren.